Herzlich Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Last Epoch und unserer Totenbeschwörerin. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, meine Lieben, wie versprochen, wir sind Level 10. Es gibt ein Update zu diesem Build. Wir holen momentan ein Level-Guide oder ein Level-Build, um möglichst schnell eben auch den Content durchzuspielen, zumindest die Hauptkampagne, um sich dann eben auf den finalen Bild eben zu konzentrieren. Momentan spielen wir mit drei Skelettkriegern und einem Knochen-Golem, haben entsprechend hier Blutentreißen nach wie vor auf der 1, dann zwei Buttons hier entsprechend, um unsere Diener zu beschwören. Einmal die Skelette, einmal den Knochen-Golem. Den Knochenfluch nutzen wir bei Bossen oder bei etwas stärkeren Gegnern. Zeige ich euch dann, wenn wir gleich im Gameplay voranschreiten. Und wenn wir uns mal schnell aus irgendwelchen Flächen, AOE bezogen, schnell verdünnisieren müssen, dann nutzen wir Transplantation. Ist letztendlich wie beim Magier, bei Diablo 4 eine Teleportfunktion. Mit dem Unterschied vielleicht hier noch, dass wir, wenn wir uns teleportieren, dass unser altes Ich sozusagen explodiert und etwas physischen Schaden beursacht. So, die passiven Skills sehen momentan wie folgt aus. Wir gehen, wir sind momentan noch in der Akolyten, in dem Akolytenbaum sozusagen, bevor wir eben erst von der Hauptkampagne so weit voranschreiten, dass wir dann eben eine Unterklasse selbst wählen können, die dann auch verbindlich ist. Also Achtung, wenn ihr das einmal dann gemacht habt, eure Unterklasse gewählt habt, ob jetzt Hexenmeisterin oder jetzt speziell in diesem Video die Nekromantin oder den Lich, könnt ihr das im Nachhinein nicht mehr umändern. Deshalb solltet ihr euch das genauestens überlegen. So, wir gehen mit drei Punkten, Entschuldigung, wir gehen mit acht Punkten in das verbotene Wissen. Jetzt erstmal am Anfang und sind mit drei Punkten jetzt momentan in der Blut-Aura. Die Blut-Aura werden wir bis sieben Punkte dort investieren, also sieben von acht. Dann wisst ihr schon, wo die Reise hingeht. Und die nächsten Punkte, wenn hier eine sieben drin steht, werden wir dann in dunkle Rituale gehen. So, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Die aktiven Skills haben wir momentan. Diese hier, wir nutzen Blutentreißen, um uns immer mal wieder ein bisschen hoch zu heilen. Skelett beschwören, Knochengolem beschwören, den Knochenfluch bei Bossen oder bei etwas stärkeren Gegnern, weil wir einfach auch einen gewissen Bereich dort hinterlassen, wo eben dann der physische Schaden sozusagen verstärkt wird, den ja auch unsere Diener machen. Und eben, wenn wir eben als kleine Exit-Strategie, eben wenn wir uns schnell verdünnisieren müssen, die Transplantation. Von den Skelettkriegern geht er wie folgt. Wir haben ja auch jetzt erst Stufe 2. Wir gehen auf jeden Fall mit zwei Punkten in die nekrotische Überzeugung rein. Skelettkrieger haben mehr maximale Lebenspunkte, während Skelett-Schurken und Bogenschützen mehr Schaden verursachen. Das ist natürlich jeweils multiplikativ mit anderen Modifikatoren. Aber auf jeden Fall solltet ihr hier zwei Punkte erstmal investieren. Beim Knochen-Golem gehen wir mit einem Punkt in das Amalgam der Primalisten. Dein Golem gewährt nahegelegenen Dienern, einschließlich sich selbst zusätzliche Rüstung. Das ist unglaublich praktisch. Nachdem die Skelettkrieger ja auch an vorderster Front mit dem Golem stehen, bekommen die dann auch nochmal mehr Rüstung. Und dann gehen wir mit einem Punkt in die kalte Rache. Jetzt erstmal, dein Golem verursacht zusätzlichen Nahkampf-Kälteschaden und hat eine Chance, Angreifer zu unterkühlen, wenn er getroffen wird. Diesen Skill, nur dass ihr es schon mal wisst, müssen wir komplett voll machen und gehen dann hier in Turm der Gebeine und letztendlich hier in Fragmente der Gefallenen. Aber das erst später. So, wir müssen aktuell folgende Mission machen. Der Splitter, wir müssen zum Gipfel. Seht ihr schon? Und da werden wir jetzt auch hinlaufen und mal gucken, was uns dort erwartet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Los geht's. Ich werde jetzt eine Sache trotzdem machen. Ich werde die Transplantation erstmal rausnehmen, weil das mir dann etwas zu langwierig ist. Das Ganze, wir werden hier auf die Ernte erstmal setzen, dass ich zumindest eine Nahkampffertigkeit habe. Jetzt neben dem Blut entreißen, wo ich mich etwas zur Wehr setzen kann. Und schauen wir mal kurz, dass wir die Skelette nochmal regenerieren. So, neu beschwören. Ich werde das dann zu gegebener Zeit wieder umstellen. So, wir gehen mal zuerst hin. Schauen wir mal erst hier hoch. Äh, äh, ein, ein Schlagkot. Und wieder durch. Äh, Knochen-Golem ist unglaublich stark. Also alles das, was bei Diablo nicht stark ist, ist bei Last Epoch schon stark. Obwohl der Knochen-Golem ist auch stark, weil Diablo nicht stark ist. Aber das war's dann auch. Obwohl ich natürlich auch schon gehört habe, vom letzten Campfire, dass wir jetzt bei Diablo 4 mit Patch 1-3, ähm, ja, mit Einführung der langersehnten Ranglisten, ähm, werden wohl alle Klassen gebufft. Aber es gibt dazu ein ganz interessantes Video von... Na, wie heißt er? Ei, ei, mein Gedächtnis. Es gibt dazu ein ganz interessantes Video, wo das eher, äh, kritisch beäugt wird, ob, äh, ob es damit getan ist, äh, wenn man immer nur die Klassen bufft. Wir wissen alle, wohin das führt, dass irgendwann die Schadenszahlen in den Billionen-Bereich gehen. Und ob es da nicht vielleicht eher sinnvoller ist, manche Fähigkeiten, zumal wenn man die Klassen bei Diablo 4 untereinander vergleicht, was den Damage-Output betrifft, ähm, ja. Der ist ja wirklich auf weit abgeschlagenem Feld, unser Totenbeschwörer mit Dienern. Und ich weiß nicht, ob das langt, die Diener nur mit 20% zu buffen, äh, im Schaden. Möchte ich jetzt mal bezweifeln. Glaube nicht, dass das zielführend ist. Und dass letztendlich der Community auch nicht gefallen wird. Aber wir werden sehen. So, wir machen mal kurz da oben. Da ist noch eine Kiste. Da kannst du kurz gucken, was wir bekommen haben. Wundert euch nicht, aber es kann gut sein, dass wir später uns natürlich von dem Stab als solches verabschieden müssen. Also grundsätzlich von einem Zauberstab verabschieden müssen. Und es kann gut sein, dass wir eine Axt später mal tragen, ähm, wo dann eventuell Blutungsschaden drauf ist. Oder generell physischer Schaden, ähm, ja, wo entsprechend auch dann vielleicht sogar ein erhöhter physischer Schaden drauf ist. Ähm, es gibt auch, ähm, wie man hier beispielsweise sieht, 8% erhöhter Nahkampfsangriffsgeschwindigkeit. Es gibt auch erhöhten Nahkampfschaden, auch Fernkampfschaden. Wir sollten später gucken, dass wir auf unserer Ausrüstung im Grunde alle Fähigkeiten, die unsere Diener auslösen, beziehungsweise verursachen, dass wir die Sachen auf unseren Items drauf haben. Also erhöhter Nahkampfschaden, dann eventuell Blutungsschaden, ähm, erhöhter Zauberschaden, was unsere Skelett-Magier betrifft. Ähm, dann erhöhter, erhöhte kritische Treffer, ähm, Chance, was unsere Bogenschützen beispielsweise betrifft, aber auch natürlich dann unsere Magier. Also vieles ist da einfach natürlich auf unsere Diener ausgerichtet. Ähm, dass ihr das einfach im Hinterkopf behaltet. Ähm, dann geht's. Ähm, dann geht's. Dann gehe ich doch mal schnell runter und hole mir noch die Kiste. Dann geht's. Dann geht's. Ach ja, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die habe ich letztens gefunden. Ich glaube, mit Level 4 oder so sind die gedroppt. Legendäre Handschuhe. Fand ich gar nicht so schlecht. Geben uns 35% Giftwiderstand. Und auch 29% Dienergiftwiderstand. Deshalb habe ich mir die angezogen. Und dass wir eine Chance von 10% haben, dass wenn wir Nahkampftreffer erleiden, dass dann ein Bienenschwarm herbeigerufen wird, der sozusagen als Mini-Add dann uns auch noch im Kampf unterstützt. Fand ich ganz nett. Werde ich sicherlich irgendwann auch raustun, aber bis dahin finde ich die ganz in Ordnung. Ja, auf die anderen Sachen komme ich vielleicht später noch, aber die sind im Grunde wirklich Schrott. Und da gibt es jetzt eigentlich nicht so viel zu erzählen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir das hier schon nehmen können. Nahkampfschaden. 16. Nahkampf-Kälteschaden. Körperlicher Schaden. 6 Lebenspunkte bei Tötung. Nahkampfschaden. Ja, wir haben einen Zauberschaden. Ja, nehmen wir mal den. Erstmal. Dieser Golem ist unglaublich stark. So, dann hauen wir mal die Kiste. Komm gar nicht hin und dann liegen sie alle schon. Prinzipiell empfiehlt es sich natürlich, meine Lieben, dass ihr das Gebiet immer vollständig aufdeckt. Es gibt so viel versteckte Truhen. Ich habe sogar letztens sogar einen Geheimgang gefunden, der auf der Karte gar nicht, ja, der gar nicht kathografiert war sozusagen. Und es kann natürlich auch immer wieder sein, dass wir speziellen Loot oder legendären Loot in Kisten finden. Nur, dass ihr das auch beachtet, wenn ihr in der Welt unterwegs seid, dass ihr alles entdeckt und alles kennenlernt. So, da oben müssen wir hin. Zum Gipfel. Schaut mal, unser Golem nimmt fast keinen Schaden. Das ist echt unglaublich. Und immer mal wieder gucken, je nachdem, wenn ihr jetzt im Low-Level-Bereich, sag ich mal, unterwegs seid und eure Kills natürlich noch nicht so weit fortgeschritten sind, dann lohnt es sich immer mal wieder S zu drücken. Ihr seht hier, der Streifen im Grunde, der levelt jetzt automatisch mit, mit unserem Kampfgeschehen. Und wenn ihr gegen Gegner kämpft, die eurer Stufe entsprechen, oder wenn ihr Content spielt, der genau eurer Stufe oder etwas drüber entspricht, levelt ihr natürlich unglaublich, levelt ihr schneller und auch eure Diener leveln schneller und die Fähigkeiten leveln vor allem schneller, dass ihr möglichst schnell auf etwas stärkere Fähigkeiten oder Fertigkeiten zugreifen könnt. und die Fähigkeiten, die Fähigkeiten und die Fähigkeiten So, sind wir da, schauen wir nochmal kurz, was wir bekommen haben, Nahkampfsangriffsgeschwindigkeit, ja, Zepter ist auch nicht schlecht, Nahkampffschaden, Zauberschaden, erhöhter Zauberschaden, hm, Schadensschmiedepotential 20, 23, das ist, glaube ich, in einer Hand, das heißt, dann könnten wir noch eine Nebenhand benutzen, sofern wir eine haben, Lehrenschaden, Entzündung mit Befrané, das ist alles, also was wir auf jeden Fall auch wieder benötigen bei dieser Klasse, eine hohe Mana-Regeneration, ganz wichtig, also das sollte, sollte auch bei mindestens 3, 4 Items, ähm, bei euch gegeben sein, dass euer Mana schneller regeneriert wird, wähl das jetzt mal, ich probiere das jetzt mal aus, was haben wir, Nahkampf, körperlicher Schaden, Unterkühlung, ja gut, 19, ne, wir lassen es erst mal so. So, der Gipfel. Stelle Haruspex-Orian. Ja, das machen wir, oh, nicht zurückgehen. Was haben wir hier? Ja. Ja. Soi, die Flames of Prophecy revealed that these rats hid a treasure, one far more powerful than anyone could conceive. Every trinket I've gathered has been a step closer to this moment, the epoch will be the pinnacle of my collection. When I present this to Raya, this power, he will finally understand how worthy I am, what I have sacrificed, all for him. Mhm, so, ich denke mal, wir kommen auf jeden Fall gleich zu einem Boss, ich werde jetzt mal hier das umändern auf Transplantation, dass wir uns schneller eventuell aus gefährlichen Bereichen entfernen können, zumal wir uns eh im Hintergrund aufhalten und unsere Diener die Arbeit machen lassen. Oh, was wir hier noch haben, haben wir einen Fortpunkt, das ist gut. So, das ist wohl schon der Boss, okay. Dann, mit Scales können wir Angriffsbefehl einleiten. So, komm mal her, hier. Okay, schlauch. Dann, mit Scales können wir, wie Sie hier sehen? Raya, helft mir! Ja! Ha! 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 Easy. Noch ein Golem. Unglaublich guter Aggro. Ähm. Alter, wenn man so will. Dann unglaublich gut als Tank fungieren. Get me out of here. Oh, Terror. My knees. Such large creatures, those Horspricks, or build a tiny cage. I will be, thanks to you. Let me just grab movies. There. The shards of the Epoch are safe. The Epoch? Oh, it's a Terror's most sacred artifact. Holding great power. The power to travel through time. If Raya were to get his talents on it, he would surely win the war. More than that, he'd be untouchable. Now, I find a new course of action. Take the Epoch somewhere which, speaking of... Let's head back to camp. I must reach Lina at once. I must remind myself to find suitable provisions for Emberwing. Prey in this area upset a drake's stomach. Bolroth in particular. Could I, I would simply feed him soldiers that question our bond. I admit, I have a bias for the creature. He's strong and more reliable than half those under my command. Plus, we have both been marred by flames. While my wounds showed me the path to the epoch, his granted ascendance. Emberwing was raised from his draconic form, reforged in Raya's image. I may not be able to take flight, but with Emberwings aid, I can once again feel the wind. Oh, how I've missed the limitless blue. Okay, so. Here ins Lager der Hüter zurück. Das war hier. Und jetzt sind wir dann auch an dem Punkt, wo wir unsere Unterklasse bestimmen müssen oder uns festlegen müssen. So, gehen wir dahinter. Schauen wir erst mal, dass wir die Sachen verkaufen. Machen wir das erst mal. Gucken wir mal. Das blaue Zeug können wir, denke ich mal, alles verkaufen. Das gelbe schauen wir uns ein bisschen genauer an. Unterkühlung. 19 Lagerkampf. Wenn ihr vergleichen wollt, müsst ihr, glaube ich, nur die Kontrollkaste drücken. Genau so ist es. Links ist dann immer ausgerüstet und der Gegenstand, den wir uns jetzt im Inventar angucken, ist rechts. Und dann seht ihr auch gleich anhand der grünen und roten Schrift, wo ihr eventuell was dazu bekommt oder die Unterschiede halt einfach, um besser vielleicht zu entscheiden, welches Item sinnvoller ist, weiter zu benutzen. Im Übrigen gibt es auch keinen Haltbarkeitsschaden. Auch ein wichtiger Punkt bei Last Epoch gibt es keinen Haltbarkeitsschaden. Ihr könnt hundertmal draufgehen bei einem Boss. Eure Ausrüstung nimmt keinen Schaden, was ich auch sehr angenehm finde. Man muss da nicht zwangsweise wie bei Diablo 4 oder auch in den vorigen Teilen zum Schmied und sich seine Ausrüstung entgegen dann immer höher steigender Goldkosten neu reparieren, sondern wir haben hier immer eine voll funktionsfähige Rüstung und Items halt einfach, die keinen Schaden erleiden. Ist vielleicht nicht unbedingt realistisch, aber das Spiel ist ja auch nicht realistisch, also alles richtig dran. So, ähm, ne, da nehmen wir nix. Pike. Nahkampfgeldeschaden, 125% erhöhte Chance auf Betäubung mit Nahkampfangriffen. Das zum Beispiel ist schon mal eine ganz nette Geschichte. 56% erhöhte Nahkampfbetäubungschance. Ja. Ich werde es jetzt erst nochmal lassen. Ich tendiere eigentlich eher zu einem Beil. Was haben wir hier? Nahkampfangriffsgeschwindigkeit, Zauberschaden, Nahkampfschaden, Blitzschaden, ne. Und ein Schild brauchen wir auch nicht. Da ist Zweihand hier, genau. Da kann man eh kein Schild tragen. Vielleicht kurz mal was ausprobieren. Ja, okay. So, dann gehen wir mal zum Festgeber. Er ist zurück. Und es ist alles dankbar zu dir. Er hat schon so kassiert, seit er zurückgebracht hat. Wenn du mit ihm sprechen könntest, ich wäre dankbar zu sein. Dann können wir unsere Gespräche beginnen. Sprich mit Hüter Valtas. Da ist er. Er ist zurück. Jetzt müssen wir die Epoch schützen. Find eine Chance, dass Oraya nicht zu ihnen kommen wird. Nicht voll. Eterra hat ihre Sekreter zu uns und zu uns allein. Ich glaube, dass wir jetzt noch nicht die Unterklasse wählen können. Das war erst im nächsten Strang der Geschichte. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das, glaube ich, am Ende der Zeit gemacht haben, wo wir unsere Unterklasse dann bestimmt haben. Ich habe und jetzt, du weißt auch, du weißt, über sie auch. Leid hat bereits die Hand gezeigt. Ich entschuldige. Du kannst du als Teil von etwas größeres. Ich habe nur zwei Schäden, aber das ist genug. Ich werde sie sicher. Lena, ich bin sorry. Ich bin sorry für dich auch. So. Okay. Mit der Epoch-Pauwärm. Ich bin endlich... ...beam... Wusste ich's doch. Moment, wo kommen wir hin? Ah ne, doch nicht. Wo ihr nicht dazu kommt? Sind wir wo? Reithalter des Ruins. Ah, okay. Ne, das dauert noch ein bisschen. Macht aber nichts. Die roten Markierungen hier. Das sind Dungeons, meine Lieben. Da braucht ihr, wenn ihr da reingehen wollt, da braucht ihr Schlüssel. Ja, das ist auch eine Neuheit. Die gab es so in anderen Konkurrenzprodukten. Gab es das nicht. Man ist halt irgendwann in einen Dungeon. Konnte man eben reingehen. Hier braucht ihr einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel droppt random in der Welt. Ja. Und wenn ihr den habt, dann solltet ihr auch nicht sterben. Weil wenn ihr einmal stirbt im Dungeon, dann war's das. Aber es ist in der Regel wirklich sehr, sehr einfach. Das solltet ihr schaffen. Untersuche den Splitter der Epoche. Ja, das können wir auch noch machen. Das scheint einer der Splitter der Epoche zu sein, die Balthas hatte. Er sieht aus, als wäre er nur so lange hier wie du. Balthas und der andere Splitter sind nirgends zu entdecken. Nehmen wir ihn. Erkunde deine Umgebung. Ja. Wenn wir das noch machen, können wir vielleicht uns noch ein Level sichern. Bevor ich mich von euch verabschiede und wir uns erst ab Level 20 wiedersehen. Kommen wir uns auf jeden Fall an den Plot von Klammer E. Fast. 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 Schauen wir uns mal ganz kurz die Skillpunkte an. Passiv gehen wir hier jetzt rein mit 4. Und beim Aktiven gucken wir mal, ob sich was verändert hat. Ja, hat sich was verändert. Ihr seht hier eine kreisende 1. Das heißt, ihr könnt wieder einen Punkt vergeben. So. Bei den Skelettkriegern muss ich jetzt mal gucken, was wir da skillen müssen. Ich denke mal, den sollten wir voll machen. Maximale Lebenspunkte macht sehr viel Sinn. Ja. Das machen wir. Und bei dem Golem gehen wir hier in die kalte Rache mit einem zweiten Punkt rein. Und weiter geht's. Nahkampfschaden, kritische Trefferchance, 12% erhöhter Nahkampf, Angriffsgeschwindigkeit, 24% erhöhte Betäubungschance. 25% erhöhte Chance auf Betäubung mit Nahkampfangriffen. Ach, kommen wir probieren. Ist das ein Dolch? Ah, das ist ein Dolch. Ach, der ist schwer. Mega. Hm. Hm. So, einen weiterer Blüten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir werden uns wiedersehen, wenn ich Level 20 bin. Dann gibt's natürlich wieder ein vollumfassendes Update von meinem Bild. Und bis dahin wünsche ich euch mit eurem Totenbeschwörer oder vielmehr mit eurer Totenbeschwörerin, dass ich mich daran mal gewinnen muss, wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn ihr Probleme habt, ab in die Kommentare. Wenn ihr womöglicherweise oder sehr wahrscheinlicherweise vielleicht einen besseren Bild sogar benutzt, dann könnt ihr den auch entsprechend in die Kommentare schreiben. Oder uns hier oder mir Tipps geben, wie dieser sich noch besser spielen lässt. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.